Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mord am Mittwoch. Ich hoffe euch geht's allen gut. Hier in Köln ist der erste richtige Herbsttag. Habe ich so im Gefühl. Es ist kalt, es ist usselig. Ich werde heute keinen Fuß vor die Tür machen. Ich bleibe einfach hier, nehme kurz dieses Video für euch auf und dann verkrieche ich mich wieder mit meinem Laptop unter die Decke. Das ist ja das Schöne an Homeoffice, ne? Keiner sieht, dass ich den ganzen Tag im Schlafanzug verbringe. Außer ihr jetzt gerade. Verdammt! Ne, tatsächlich habe ich in diesem Pulli schon geschlafen. Jetzt ist es raus. Ich habe meinen Schlafpulli an. Naja, aber wir kennen uns ja mittlerweile schon so lange. Ich glaube zwei Jahre oder was gibt es jetzt hier schon die True Crimes. Von daher seid ihr das ein oder andere mit mir schon gewöhnt. An der Stelle schön, dass ihr alle eingeschaltet habt. Und schön, dass all die, die neu hier sind, hier sind. Ich freue mich sehr. Herzlich willkommen in der Familie. Und ich habe euch heute einen heftigen Fall mitgebracht. Einen Fall, der, ja wie soll man das sagen? Ach, wisst ihr was? Wir starten einfach direkt rein, würde ich sagen. Sonst vergraule ich euch alle, bevor es überhaupt losgeht. Ich möchte euch von einer Familie erzählen. Von der Familie Gin. Und ich weiß, jede Familie hat ihre eigenen Probleme. Es gibt verschiedene Dynamiken und gerade an Feiertagen prallen diese Dynamiken aufeinander. Und hin und wieder gibt es dann auch mal Zoff unterm Weihnachtsbaum. Meine Mama sagt immer, Weihnachten, Hochzeiten und Beerdigung. Das sind die Momente, in denen es immer zu einem Knall kommt, weil da alle Fronten aufeinandertreffen. In der Familie Gin haben diese Fronten aber noch ein ganz anderes Ausmaß. Die Mutter, Augusta, war eine sehr, sehr religiöse und super strenge Frau. Ihr Mann, George, hingegen ein sehr schüchterner und devoter Mann. Über ihn wurde gesagt, dass er sehr, sehr viel trank. Vielleicht, weil er zu Hause nicht wirklich was zu sagen hatte. Und das als Mann. Und das zu der damaligen Zeit. Und deswegen hat er ordentlich ins Glas geguckt. Sagt man das so? Ja, oder? Er hat tief ins Glas geguckt, war häufig betrunken und hat irgendwie so das ausgeblendet, was in seinem Haus vor sich ging. Und obwohl dieses sehr, sehr ungleiche Paar immer wieder Streit, Diskussionen und Diskrepanzen miteinander haben, heiraten sie. Im Jahr 1900 denken die beiden, das wäre jetzt ein logischer Schritt und vermählen sich. Obwohl Augusta ja so streng religiös ist und sich deswegen auch stark gegen Sex und Sexualität ausspricht, möchte sie unbedingt Mutter werden. Und tatsächlich bringt sie zwei Jahre später ihren ersten Sohn Henry zur Welt. Doch damit scheint Augusta nicht zufrieden zu sein. Sie fühlt sich ihrem Sohn nicht wirklich verbunden. Sie hat das Gefühl, keine Liebe zu dem Kind aufbauen zu können und betet darum, eine Tochter auf die Welt zu bringen. Das klappt eher mittelmäßig, also es klappt gar nicht, denn kurz darauf bekommt sie ihren zweiten Sohn Ed. Ed, der mit ganzem Namen Edward heißt, wird im Jahre 1906 geboren. Augusta, die mit ihren Gesamtumständen nun sehr unzufrieden ist, da sitzt sie nun mit einem, in ihren Worten, erfolglosen Alkoholiker und zwei Söhnen, möchte auf gar keinen Fall, dass ihre Kinder so werden, wie ihr nichtsnutziger Mann. Ihr müsst euch immer wieder die Dinge auch mit, ne, Anführungszeichen vorstellen. Vieles von dem, was ich hier erzähle, sind dann nicht meine Worte, sondern so, wie man sich das Ganze dann im Nachhinein erzählt hat. Also, ne, bitte alles mit, im Englischen sagt man A Grained of Salt nehmen. Also, im Deutschen sagt man dazu wahrscheinlich, alles mit einem zugedrückten Auge verstehen. Vorausgesetzt, man sagt es so im Deutschen. Ich weiß es gerade nicht, aber ihr versteht mich. 1911 übernimmt Augusta dann Georges kleinen Lebensmittelladen. Da hat er gearbeitet, er war der Besitzer, hat aber wohl als eben Geschäftsführer absolut versagt und Augusta hat das Gefühl, sie muss die Dinge jetzt selbst in die Hand nehmen. Und so schafft diese Frau es, gerade in der damaligen Zeit war das ja was sehr Ungewöhnliches, volle Autorität sowohl in der Familie als auch im Berufsleben zu erhaschen. Zu Hause war sie die Chefin, als Mutter war sie die Chefin, als Frau und auch im Laden. Und von dieser Position heraus schafft sie es, ihren Jungs einen enormen Druck zu machen. Sie möchte nicht, Zitat, dass die Kinder lüsterne, gottlose Männer werden. Denn das waren Männer für Augusta. Sie waren gottlos und verrucht. Frauen waren aber auch nicht viel besser. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, Augusta hat Frauen noch mehr gehasst. Kaum zu glauben. Ich weiß gar nicht, ob sie, ob sie wusste, dass sie selbst eine Frau ist. Sie trug einen riesengroßen Frauenhass in sich und hat Frauen immer wieder als sexualisierte, böse, dunkle Mächte beschrieben und ihren Söhnen eingebläut, sich bloß von diesen schrecklichen Frauen fernzuhalten. Die Kriminalpsychologin Helen Gavin schreibt dazu, Augusta brachte ihren Söhnen bei, dass Frauen Gefäße der Sünde seien und Krankheiten verursachten. Wir sind alle ziemlich dreckig. So, das war die Aussage. Gerade der Sex und die Sexualität war das Schlimmste für Augusta. Die größte Sünde schlechthin. Da Augusta ja sehr unzufrieden mit der aktuellen Situation ist, beschließt sie irgendwann mit der Familie umzuziehen. Es geht nach Plainfield. Zunächst wohnt die kleine Familie dann im Stadtzentrum selbst, doch das erweist sich schon bald als Platz der Sünde. Und um ihre Kinder zu schützen, zieht sie dann mit denen ganz weit raus in ein kleines, kleines Dorf. Augusta ist nämlich der festen Überzeugung, dass, Zitat, die Moral ihrer Jungen durch den Kontakt mit der Außenwelt befleckt werden würde. Und infolge dieser mütterlichen Fürsorge, ich glaube, die Anführungszeichen habt ihr jetzt gehört, oder? Führt Ed ein sehr, sehr abgeschiedenes und tristes Leben. Die Kinder sind isoliert. Es gibt kaum andere Kinder in ihrem Umfeld und sie wachsen eigentlich nur miteinander auf. Sie dürfen das Haus einzig und allein verlassen, um in die Schule zu gehen. Danach müssen sie auf direktem Wege wieder nach Hause kommen. Und nicht nur das macht es Ed sehr schwer, Freunde zu finden. Er hat auch ein müdes Auge. Das heißt, er hat ein abnormes Wachstum des einen Augenlids und deswegen hängt es so ein kleines bisschen herunter. Und wir wissen ja, wie gemein Kinder sein können. Und sobald Kinder irgendetwas entdecken, was nicht ihrem Verständnis der Norm entspricht, werden sie gemein. Und so auch im Fall von Ed. Ed war nun der Junge, der nicht raus durfte zum Spielen, der das träge Auge hatte und irgendwie komisch wirkte. Er ist ein schüchternes Kind und hat schon bald große Schwierigkeiten damit, auf andere Kinder zuzugehen. Er hat es ja nie gelernt. Wenn Ed dann nach so einem anstrengenden Schultag nach Hause kommt und sich bei seiner Mama ausweinen will, dann macht die sich nur lustig über ihn. Das heißt, Eds Vater habe ihn dazu auch noch auf den Kopf geschlagen, um den Jungen vom Weinen abzuhalten. Denn das hat schon immer funktioniert. Wenn jemand traurig ist, einfach ein bisschen Gewalt anwenden. Was sind schon Emotionen und schöne, liebevolle Gespräche? Wer braucht eine Umarmung, oder? Wenn Ed es doch mal geschafft hatte, eine Freundschaft zu schließen, dann machte seine Mutter ihm einen Strich durch die Rechnung. Gerade wenn es um Mädchen ging. Denn wir dürfen nicht vergessen, wir Mädchen sind alle total dreckig und voll von Sünde. Um diese Lücke in seinem Leben zu schließen, entwickelt Ed irgendwann eine Freundschaft zu mehreren imaginären Freunden. Und das haben wahrscheinlich viele von uns gemacht. Ich hatte Drachen. Ich glaube, davon habe ich euch schon mal erzählt. Ja, ich war der festen Überzeugung, dass ich Drachen bei mir im Garten habe. Aber es tut mir so leid für Ed, dass er einfach nicht wirklich Kind sein konnte und seine Mutter ihn da so isoliert hat. Nach der 8. Klasse bricht Ed dann auch die Schule ab und arbeitet nur noch zu Hause auf der Farm. Das heißt, er und sein Bruder haben nur sich selbst. Sie kennen nur sich selbst. Sie kennen nur das Leben in dieser Familie. Und so scheint es erst mal die nächsten Jahre weiterzugehen. Die Brüder entwickeln dabei ein richtig starkes Band. Gemeinsam halten sie die Schikanierungen der Mutter aus und lassen die Misshandlungen des Vaters über sich ergehen. Außerdem gleichen sie durch ihr brüderliches Band irgendwie die mangelnde Zuneigung ihrer Eltern aus. Und es ist so weird, denn auf der einen Seite hat man ja das Gefühl, dass gerade Augusta ihre Söhne einfach nur hassen würde. Sie bezeichnet sie immer wieder als Sündiger und macht sie fertig und kränkt sie. Auf der anderen Seite wird sie die absolute Kontrolle über die Kinder haben und kein bisschen von ihnen loslassen. Und so geht es die ganze nächste Zeit. Selbst als Erwachsener verlässt Ed das Haus nur, um kurz Besorgung zu machen. In der Stadt kennt man ihn als den seltsamen Typen, der da weit raus wohnt mit seiner Familie und immer nur kurz in die Stadt kommt, um ein bisschen was einkaufen zu gehen und dann wieder draußen verschwindet. Der Mann, der keine Freunde hat und keine Frau. Keine sozialen Kontakte, keine Liebschaften, gar nichts. Viele vermuten, dass Ed in dieser Zeit auch schon eine Verachtung Frauen gegenüber entwickelt hat. Er ist mit dem Bewusstsein aufgewachsen, dass Frauen ja die Schande schlechthin wären. Und so ein gewisser Frauenhass scheint sich auch jetzt schon in Ed breitgemacht zu haben. Ausgenommen einer einzigen Frau gegenüber, nämlich seiner Mutter. Und das Paradoxe daran ist, dass es so aussieht, als würde er sie, je schlechter sie ihn behandelt, noch mehr lieben. Er vergöttert seine Mutter geradezu, vor allem dann, wenn sie ihn wieder einmal erniedrigt. Das fällt auch Eds Bruder Henry auf. Er konfrontiert Ed irgendwann damit. Er sagt, dass er besorgt darüber ist, was für eine Beziehung sein Bruder und seine Mutter miteinander haben und stellt Ed regelmäßig zur Rede. Ed bleibt allerdings, das, Zitat, von den puritanischen Predigten seiner Mutter über die Sünden der Lust und des fleischigen Verlangens beherrscht. Auf gut Deutsch, Ed glaubt alles, was seine Mutter ihm da erzählt und ist abhängig von jedem Wort, was aus ihrem Mund kommt. Zwischen George, dem Vater, und Augusta ist der Ofen wirklich aus. Augusta betet sogar regelmäßig darum, dass George stirbt. Und ob ihre Gebete erhört wurden oder das Ganze ein Zufall war, das sei mal dahingestellt. Aber im Jahre 1940 verstirbt George dann. Augusta sagt dazu nur, ihr Mann sei nun endlich zur Hölle gefahren. Henry und Ed sind nun die Männer im Haus und beginnen damit, das Geld für die Familie zu verdienen. Sie halten sich dann mit Gelegenheitsjobs über Wasser. Henry gilt dabei als der kommunikative und aufgeschlossenere der beiden Jungs. Er schafft es, soziale Kontakte zu knüpfen und kommt bei allen gut an. Er ist zwar immer noch der Sohn seiner Mutter und versucht, wie gesagt, die Familie zu unterstützen. Aber er hat auch ein gesundes Interesse an anderen Menschen und auch am anderen Geschlecht. Und so fängt er irgendwann damit an, sich mit Frauen zu treffen. Und ihr könnt euch vorstellen, wie Augusta das findet. Gar nicht gut. Denn während Augusta all die Jahre über in ihrer unglücklichen Ehe blieb, nur um dieser religiösen Überzeugung nachzukommen und keine Sünde auf sich zu laden, trifft sich Henry, ihr ältester Sohn, nun mit einer Frau, die nicht nur eine Frau ist, sondern auch geschieden und ein uneheliches Kind hat. Ne, zwei uneheliche Kinder sogar. Doppelte Sünde. Henry und die Frau sind total glücklich miteinander, aber Augusta kann es den beiden einfach nicht gönnen. Und so beschließt Henry, irgendwann auszuziehen. Er schafft den Absprung, zieht zu der Frau und führt ein glückliches Leben. Immer wieder redet er auf seinen Bruder Ed ein und sagt ihm, ey, du musst da auch rauskommen. Geh unter Leute, geh ins Dorf, triff dich, triff dich mit irgendwem, geh in die Kneipe, was auch immer. Aber löst diese seltsame Beziehung zu unserer Mutter auf. Die Diskussion zwischen den beiden Brüdern werden immer heftiger. Und irgendwann verbrennt Ed dann Gestrüpp in seinem Garten und verliert anscheinend die Kontrolle über dieses Feuer. Kurz darauf wird Henry bei der Polizei als Vermisst gemeldet. Ed hat die Polizei kontaktiert, um ihnen das zu sagen. Und als sie anrücken, um nach Spuren zu suchen, um nach Henry zu suchen, führt Ed sie direkt zum Feuer. Im Feuer liegt die verbrannte Leiche seines Bruders. Und an Henrys Kopf findet man noch Spuren von Prellungen. Aber das Ganze wird als Unfall eingestuft und, ja, nicht weiter beachtet. Ob das Ganze nun wirklich ein Mord war oder nicht, das lässt sich schwer sagen. Jedoch wird schon vermutet, dass Ed seinen Bruder tötete, weil dieser versuchte, einen Keil zwischen ihn und Augusta zu treiben. Oder ihm einfach zu einem gesünderen Leben zu verhelfen. Auf jeden Fall wurde nie eine Autopsie durchgeführt, die Beweise wurden nirgendwo richtig festgehalten. Und so lebt Ed nun ein noch ungestörteres Leben mit seiner Mutter. Zu dem Zusammenleben der beiden gibt es übrigens viele Geschichten. Zum Beispiel hat Ed wohl seinen ersten Samenerguss erlebt, als er seiner Mutter beim Schlachten eines Schweines zugesehen hat. Sie hat das Tier gerade so ausgenommen und das fand er richtig toll und ist dabei wohl gekommen. Ja, auch wenn wir kleine Hobbypsychologen sind, wollen wir mal nicht zu tief in die Materie eindringen, weil das ist ganz schön harter Tobak. Eines Tages erleidet Augusta einen Schlaganfall und Ed steht ihr die ganze Zeit über zur Seite. Sie ist bettlägerig und ihr Zustand verschlimmert sich immer mehr. Ed kümmert sich, er macht alles im Haushalt, verdient das Geld, füttert und umsorgt sie. Und währenddessen wird er weiterhin von seiner Mutter erniedrigt und beschimpft. Als seine Mutter dann verstirbt, bricht für Ed eine Welt zusammen. Trotz des verbalen Missbrauchs, den er seit seiner Kindheit an erlebt, liebt er diese Frau wie niemanden sonst auf der Welt. Ab 1945 lebt Ed dann alleine in der Farm. Wie ein Einsiedler kriegt er sich dort zurück, sucht keinen Kontakt zu anderen Menschen und verbringt Tag ein und Tag aus alleine. Er sperrt die Bereiche im Haus ab, die seine Mutter am häufigsten benutzt hat. Wie eine Art Heiligtum, wie ein Altar hebt er diese Sachen auf. Nichts darf berührt werden, um seiner Mutter zu gedenken. Ich finde es sehr interessant, dass Ed einen Gelegenheitsjob als Babysitter hatte. Ja, das ist ein Fakt. Also er hat zu dieser Zeit trotz seines zurückgezogenen Lebens und seiner seltsamen Erscheinung einfach einen Job als Babysitter bekommen. Aber es waren natürlich andere Zeiten. Da gab es ja noch nicht Kita und so. Und wenn die Verzweiflung groß war und man Geld verdienen musste, vielleicht auf dem Feld arbeiten musste, dann hat man möglicherweise sogar so einen Ed gefragt, ob der mal ganz kurz hier auf die Kids aufpassen kann. Aber das fand ich schon befremdlich, dass man so einen Ed Geen dann auf seine Kinder aufpassen lässt. Aber Ortsansässige kennen ihn ja schon lange, finden ihn halt seltsam und zurückgezogen. Aber der hat ja nichts gemacht. Und der wird ja auch nichts machen, oder? Es gab eigentlich schon früh Anzeichen, dass Ed eine dunkle Seite besaß. Er war zum Beispiel ein leidenschaftlicher Leser. Und nein, das ist kein Anzeichen für eine dunkle Seite. Aber er interessierte sich besonders für True Crime. Und auch hier finde ich nicht, dass das ein Beweis für eine dunkle Seite ist. Sonst würden wir uns hier alle jetzt outen. Aber bei Ed ist das Ganze sehr viel verschärfter als bei uns. Denn er liebte die Mörder. Für ihn ging es nicht darum, die Psyche des Menschen zu verstehen oder zu verstehen, wie jemand zu einer bösen Tat schreitet, woher das kommt. Er wollte so sein, wie die Killer aus den Geschichten. Wenn er mal mit den anderen Bewohnern von Plainsville gesprochen hat, dann nur um denen wieder von der nächsten schrecklichen Schlagzeile zu berichten. Habt ihr gehört? Der Mörder hat das getan. Und die schreckliche Tat wurde hier und dort begangen. Irgendwann verschwinden dann plötzlich Frauen. Es ist der 8. Dezember 1954. Mary Hogan ist die örtliche Kneipenbesitzerin und sie wird als sehr offene Frau beschrieben. Immer wieder ist die Rede von ihren weiblichen Rundungen. Also sie war einfach thick und ist wohl gut bei der Männerwelt angekommen. Und das heißt, sie habe Ed sogar an seine Mutter erinnert. Sie habe eine gewisse Ähnlichkeit gehabt. Aber das habe Ed zwar angetörnt gewissermaßen, weil er seine Mutter ja gut fand, ihr wisst. Aber auch abgetörnt und beschämt, weil diese Kneipenbesitzerin ein sehr frivoles Leben geführt haben soll. Sie hat kein Blatt von den Mund genommen, sie stand zu sich, zu ihrer Sexualität, war wahrscheinlich ein Freigeist. Und das waren Dinge, die Ed natürlich nicht akzeptieren konnte. Er war es gewohnt, dass andere Frauen als Sündenböcke herhalten mussten, dass sie für ihre Sexualität bestraft wurden. Und als diese Kneipenbesitzerin verschwindet, ist Ed derjenige, der Witze darüber macht. Im Dorf wird darüber geredet und Ed sagt, ja, ich habe sie noch gesehen, bevor sie verschwand. Und bis heute weiß man nicht, ob er wirklich morbide Witze machen wollte oder ob er einfach gestanden hat, aber ihn keiner ernst genommen hat. Drei Jahre später verschwindet wieder eine Frau. Die Ladenbesitzerin Bernice Worden ist in ihrem Geschäft, als Ed Geen vorbeischaut. In späteren Aussagen behauptet Ed, er könne sich nicht mehr daran erinnern, was in diesem Laden passiert sei. Das könnte damit zu tun haben, dass Ed wohl ein Problem damit hatte, Blut zu säen. Und unser Gehirn ist ja ziemlich clever. Traumatische Erlebnisse werden teilweise komplett ausgeblendet. Und so scheint es wirklich ein Rätsel zu sein, was an diesem Tag im Laden vorgefallen ist. Diesmal wird Ed aber sofort verdächtigt. Er wurde zuvor noch in der Stadt gesehen. Eine Blutspur und eine auf Ed ausgestellte Quittung für Frostschutzmittel veranlassen dann die Polizisten dazu, ihn einmal zu checken. Und so fahren sie zu seinem Grundstück. Am 16. November 1957 erreichen sie sein Haus mit einem Durchsuchungsbefehl. Und sie werden fündig. Für den weiteren Teil möchte ich gerne nochmal eine Inhaltswarnung aussprechen. Denn Ed Geen hat wirklich schreckliche Taten begangen. Es ist sehr grafisch und ich werde einige der Dinge beschreiben. Also überlegt euch, ob ihr euch das anhören wollt. Naja, so. Zurück zum Text. Es ist zwar der erste Tag der Jagdsaison, aber es ist kein Hirsch, der da am Schuppen hängt. Es ist Beatrice Warden, die umgekehrt an den Füßen aufgehangen und ausgenommen wurde. Ihre Leiche wurde so präpariert, wie ein Jäger ein Reh zubereiten würde. Dieser Anblick hat die Beamten wahnsinnig schockiert. Doch sie brauchen nicht lange, um zu verstehen, dass das nur der Anfang war. Die Durchsuchung durch Eds ganzes Haus beginnt. Und überall findet man menschliche Trophäen. Darunter verschiedene Haushaltsgegenstände, die Ed aus menschlicher Haut angefertigt hatte. Ein Mülleimer, vier Stühle, deren Sitzflächen durch heute ersetzt worden waren. Lampenschirme, die vollständig aus Haut bestanden. Schädel wurden zerschnitten und zu Schüsseln umfunktioniert. Andere Schädel sind auf Bettpfosten montiert und ein Sessel wurde aus Knochen gefertigt. Menschliche Organe und Körperteile werden in den Gefrierschränken gefunden, die zu mehreren Personen gehörten und angeblich wird ein menschliches Herz in einer Pfanne auf dem Herd gefunden. Viele Einheimische erinnern sich später daran, dass Ed ihnen mehrfach Hirschfleisch angeblich von der Jagd angeboten hatte und meinte, er habe viel zu viel davon zu Hause. Sie haben immer dankend akzeptiert und das Fleisch gegessen. Wenn Sie im Nachhinein darüber nachdenken, dann hat keiner der Bewohner Ed jemals bei der Hirschjagd gesehen. Außerdem gab es eine Reihe von Totenmasken, die aus Haut und Haaren gefertigt worden waren. Eine der Totenmasken war das Gesicht der Kneipenbesitzerin von Mary Horgan. Ed sammelte unter seinem Bett außerdem Nasen, Gliedmaßen und weibliche Geschlechtsorgane. Er hatte zum Beispiel einen Gürtel, der komplett aus weiblichen Brustwarzen gemacht war. Und dann war der noch der Hautanzug. Es war eine Leggings, wenn man das so sagen kann, und eine Art Weste, die aus menschlicher Haut bestand. Und Ed zog die wohl immer wieder an, um damit dann in seinem Haus herumzulaufen. Ed wurde natürlich sofort verhaftet und schon bald bekamen die Medien Wind davon. Sie nannten ihn überall nur noch den Schlechter von Plainfield. In polizeilichen Vernehmungen erzählte Ed, dass es ihm, Zitat, Spaß machte, Leichen zu zerlegen und die Innenteile auszusortieren. Außerdem gibt Ed schon bald die Morde an den zwei verschwundenen Frauen zu. Er erklärt, sie hätten eine gewisse Ähnlichkeit zu seiner Mutter gehabt. Er streitet jedoch weitere Morde ab. Er berichtet, dass er nach dem Tod seiner Mutter besessen war von Kriegsgeschichten, von Kannibalismus und Geschlechtsumwandlungen. Außerdem hatte er eine Vorliebe für alles, was mit dem Tod zu tun hatte. So interessierte er sich zum Beispiel für den örtlichen Friedhof. Immer wieder quatschte er dort mit dem Friedhofsgräber Gus und freundete sich irgendwann mit ihm an. Er schaffte es dann, Gus dazu zu überreden, ihm bei einer Exhumierung zu helfen. Später erklärte Ed, er bevorzugte die Leichen älterer Frauen, insbesondere solcher, die er kannte, und gab später zu, dass es ihm Spaß machte, in der Haut dieser Opfer herumzulaufen, seinen eigenen Körper zu bedecken und so zu tun, als sei er eine Frau. Durch diesen Komplizen, durch Gus, war es ihm möglich, die Gräber auszuräubern. Und damit konnte er seine grausame Obsession befriedigen. Irgendwann kam Gus dann aber in ein Heim und Ed kam an keine Leichen mehr heran. So war er, Zitat, dazu gezwungen, sich selbst welche zu beschaffen. Vor Gericht plädiert er auf unzurechnungsfähig und hält sich für nicht schuldig. Das funktioniert auch. 1957 wird er dann wegen Unzurechnungsfähigkeit in eine psychiatrische Einrichtung untergebracht. Zehn Jahre später kommt er aber erneut vor Gericht. Und dort wird er dann von den Geschworenen für schuldig befunden. Allerdings halten auch die ihn für unzurechnungsfähig und so geht es für Ed zurück in eine psychiatrische Einrichtung. Dort bleibt er dann bis zu seinem Tod im Jahre 1984. Ed ist zwischen seiner Mutter und seinem Bruder begraben. Die Stelle ist heute nicht mehr gekennzeichnet, weil zu einer Zeit zu viele Besucher dieses Grab sehen wollten. Jahrelang haben neugierige Menschen immer wieder Stücke von seinem Grabstein abgebrochen, um ein Mitbringsel von ihm zu haben. Wo ich mir denke, ey, der war nicht cool, der Ed Geen. Der war echt brutal und hat schreckliche Dinge gemacht. Wollt ihr nicht lieber irgendwie einen schönen Küchenmagnet haben oder irgendwie ein nettes Mitbringsel? Echt jetzt ein Grabstein-Stück von so einem gruseligen Typen? In einem Podcast hat eine Frau dazu gesagt, get better idols. Und das könnte ich nicht schöner sagen. Wirklich, wir brauchen bessere Idole. Ed Geen ist kein Idol. Was wollt ihr mit einem Stück von seinem Grabstein? Aber naja, wie dem auch sei, Grabstein ist jetzt ja sowieso weg und keiner weiß mehr so richtig, wo sein Grab liegt. Ed Geen mochte es, als Serienmörder betitelt zu werden. Jedoch gibt es für die Bezeichnung Serienmörder eine konkrete Definition. Damit jemand als Serienmörder gilt, muss er mindestens drei Morde über einen Zeitraum von mehr als einem Monat mit einer emotionalen Abkühlungsphase dazwischen begangen haben. Laut Psychology Today zumindest. Diese Definition ist jetzt nicht unproblematisch, aber angesichts der Tatsache, dass Ed nur zwei Morde gestanden hat und nur mit zwei Morden in Verbindung gebracht wird, ist es durchaus möglich, dass er dieser Definition von Serienmörder nicht entspricht. Die meisten der Trophäen in seinem Haus stammen nämlich von Grabräubereien. Doch hier wird es so ein kleines bisschen kompliziert. Im Hannemann-Archiv heißt es, dass einige der in Eds hausgefundenen Leichenteile der achtjährigen Georgia Jean Beckler und der 15-jährigen Evelyn Hartley gehörten, die 1947 bzw. 1953 verschwanden. Es wurde nie herausgefunden, was mit ihnen damals geschehen ist, aber Ed wurde auch nie zu 100% damit in Verbindung gebracht. Ob er die Mädchen getötet hat oder nicht, bleibt also ein Mysterium. Es wurde auch gemunkelt, dass Ed etwas mit dem Verschwinden von zwei Männern zu tun hatte, aber weder diese Männer noch die beiden Mädchen hatten eine Verbindung oder eine Ähnlichkeit zu Eds Mutter und die schienen ja nun mal das Zentrum von Eds Taten zu sein. Psychiater stellten darüber hinaus die Theorie auf, dass Ed mit seiner Geschlechtsidentität zu kämpfen hatte. Dafür würden diese weiblichen Hautanzüge sprechen, von denen er ja selbst berichtet hat und meinte, dass er sie trug, um sich wie eine Frau zu fühlen. Andere vermuten, dass er die angezogen hat, um seiner Mutter näher zu sein, um sich so zu fühlen, als würde er in der Haut seiner Mutter stecken. Der FBI Special Agent John Douglas berichtet, wie Eds psychologisches Gutachten feststellte, dass Eds Motivation für das Tragen des Hautanzugs, Feindseligkeit, Sex und der Wunsch nach einem Ersatz für seine Mutter in Form einer Nachbildung oder eines Körpers, den man auf unbestimmte Zeit aufbewahren könnte, waren. Was ein Satz, oder? Aber ihr merkt, alles hängt irgendwie mit dieser Mutter zusammen und mit Eds Wunsch nach Geborgenheit, danach geliebt zu werden, vielleicht auch nach Sex, wie es hier auch beschrieben ist, nach Berührung. Es ist so ein Wirrwarr, das ist Wahnsinn. Und eben dieses Wirrwarr und die Spekulation darum, was da in Ed vor sich gegangen ist und was da mit seiner Mutter war, das war Inspiration für viele Filme und Skripte. Insbesondere diese drei Horrorfilme. Psycho unter der Regie von Alfred Hitchcock, dann The Texas Chainsaw Massacre und The Silence of the Lambs. Bei Psycho geht es ja um diese seltsame Mutter-Sohn-Verbindung. Ist ein super alter Film von 1960, aber der hat einen richtigen Twist und ich finde ihn richtig gut. Also man muss ein bisschen reinkommen, weil die Geschichten damals ja langatmiger erzählt wurden und wir alle keine Aufmerksamkeitsspanne mehr haben, aber den solltet ihr trotzdem gesehen haben. Bei The Chainsaw Massacre, das ist so ein richtiger Horror-Horror-Blutfilm, da geht es darum, dass der Mörder aus seinen Opfern dann auch so eine Maske, eine Hautmaske macht und die immer trägt. Und ähnliches Prinzip herrscht auch bei The Silence of the Lambs. Oh, ich habe richtig, richtig Gänsehaut. Ich kann euch gar nicht sagen, wie gruselig ich diesen Fall fand. Und ich habe den jetzt in den letzten Tagen bearbeitet und mir reingezogen und da war es draußen schon so dunkel. Und ich weiß nicht, irgendwie hinterlässt es so ein ganz, ganz ungutes Gefühl, weil man einfach den Leuten nur vor den Kopf guckt. Ed war ein Eigenbrötler, der war ein bisschen seltsam, der war irgendwie isoliert, aber keiner hätte sich ja auch nur vorstellen können, was der da in seiner Hütte im Wald macht. Und das gibt mir wirklich einen kalten Schauer und ich hoffe so sehr, dass es euch allen gut geht. Das war wirklich ein Brett heute. Boah, ja. Ich drücke euch, passt auf euch auf, bleibt mir gesund und munter und ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wieder sehen oder hören. Macht's gut!